Eine Mutter entdeckte am Montagabend gegen 17 Uhr, als sie mit ihrem Kleinkind auf einem Spielplatz im Spiekeroogweg in der Neustadt auf ein Klettergerüst wollte, dort ein befestigtes Messer und dieses Messer war so angebracht, dass es bei Kindern Verletzungen hätte verursachen können. Am 10.05. hat ein Vater an einem Klettergerüst auf einem Spielplatz im Buntentorsteinweg ebenfalls ein befestigtes Messer entdeckt, als er dort mit seinem Sohn spielen wollte. Die Polizei nimmt diesen Vorfall ernst und hat umgehend die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und die Spielplätze in der Umgebung werden jetzt verstärkt kontrolliert und zusätzlich hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingesetzt und steht da im engen Austausch mit den für die Spielplätze zuständigen Behörden und Betreibern. Die Polizei appelliert aufmerksam zu sein, wenn sie mit ihren Kindern auf Spielplätzen unterwegs sind. Prüfen sie die Klettergerüste, ob sie dort gefährliche Gegenstände entdecken und lassen ihre Kinder erst dann spielen. Wenn sie im Buntentorsteinweg oder auch wie jetzt am Montag im Spiekeroogerweg in der Neustadt etwas beobachtet haben, dann melden sie sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362 3888. Klaviermusik